Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie von Andrew Letizia aus Lancet Respirant Medicine vor. Es geht um die SARS-CoV-2, Seropositivität und nachfolgendes Infektionsrisiko bei gesunden jungen Erwachsenen. Eine perspektive Kohortenstudie. Junge Männer, die über Wochen auf engem Raum zusammenleben, die Nächte in gemeinsamen Schlafzellen verbringen und tagsüber häufig einen engen körperlichen Kontakt haben, können sich schnell mit SARS-CoV-2 infizieren. In dieser Situation bietet auch eine Immunität durch eine frühere Infektion keinen absoluten Schutz, wie eine Studie an US-Recruiten in Lancet Respirant Medicine zeigt. Die Leiter des United States Marine Corps Recruit Depot Paris Islands, wo alle männlichen Recruiten aus den Regionen östlich des Mississippi ihre Grundausbildung absolvieren, haben alles versucht, um das neue Coronavirus aus den Kasernen fernzuhalten. Alle Recruiten wurden zwei Wochen vor Beginn der Ausbildung in häusliche Quarantäne geschickt. Während dieser Zeit wurden drei PCR-Abstriche durchgeführt. Auch wenn diese Tests negativ waren, mussten die Recruiten vor Betreten der Kasernen noch einmal zwei Wochen in eine überwachte Quarantäne. Vorher war eine Blutuntersuchung auf Antikörper fällig. Diese Vorsichtsmaßnahmen haben nicht verändert, dass es während der sechs Wochen der Grundausbildung zu einer Epidemie kam. Jeder zweite angehende US-Soldat wurde bei einer der regelmäßigen PCR-Kontrollen positiv getestet. Darunter waren nicht nur 8079 der 247 Recruiten, das sind 48 Prozent, die zu Beginn der Ausbildung keine Antikörper im Blut hatten. Auch 19 von 189 Recruiten, das sind 10 Prozent, bei denen ein positiver Antikörpertest eine frühere wegen negativer PCR-Tests überstandene Infektion angezeigt hatten, infizierten sich erneut. Aus dem Vergleich der beiden Gruppen wurde eine relative Inzidenzrate von 0,18 ermittelt, die im Umkehrschluss bedeutet, dass eine frühere Infektion einen 82-prozentigen Schutz hinterlässt. Er kann sich mit der Schutzwirkung bei Angehörigen des britischen Gesundheitswesens, hier die IHR von 0,11 oder in der dänischen Bevölkerung, relatives Risiko 0,195 messen, die in anderen Studien ermittelt wurden. Die Zahlen zeigen jedoch auch, dass bei jüngeren Menschen eine Infektion keine sichere Immunität hinterlässt. Über die Dauer macht die Studie keine Angaben, da der Zeitpunkt der Erstinfektion nicht bekannt ist. Die zweite Infektion war bei den Recruiten von kürzerer Dauer. Nur 32 Prozent waren nach sieben Tagen noch PCR-positiv gegenüber 47 Prozent der erstmals Infizierten. Es kam auch seltener zu Symptomen, 3 Prozent versus 32 Prozent. Dies bedeutet, dass Reinfektionen bei jüngeren Menschen, auch wenn sie vermutlich nicht seltener sind als bei älteren Menschen, häufiger übersehen werden. Die jüngeren Reinfizierten könnten damit das Virus leichter verbreiten, weshalb Sielfin, einer der Autoren, den jüngeren Menschen auch dann zur Impfung rät, wenn sie bereits an Covid-19 erkrankt waren. Auf der anderen Seite war die mildere Zweitinfektion mit einer geringeren Viruslast verbunden. Die Konzentration in den Abstrichen war etwa 10-fach niedriger, was auf eine geringere Übertragungsgefahr hindeutet. Der Grund für die zweite Infektion dürfte in vielen Fällen eine schwache Immunantwort nach dem ersten Kontakt mit dem Virus gewesen sein. Rekruten mit niedrigen Antikörper-Titer gegen das S-Protein 1 zu 150 oder 1 zu 450 infizierten sich genauso häufig wie Rekruten ohne vorherige Infektion. Das Serum der Rekruten, die sich ein zweites Mal infizierten, war in einem Lobortest auch seltener in der Lage gewesen, die Infektion von Zellen zu verhindern. Weite Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie aktuellen Publikationen in Lancet Respirator Medicine. Das Serum der Rekruten